Moin auch von meiner Seite, ich bin jetzt hier gerade in Lima, FSJ, von mir auch noch mal ein kleines Statement, ich hatte es ja bereits auf Instagram erwähnt, ich werde vorerst G-Troler so übernehmen, für mich geht es auf YouTube weiter, ich werde da erstmal ein bisschen kreative Scheiße machen, Vlogs, Eindrücke aus Peru, aus meinem Urlaub in Paris zum Beispiel noch, und andere kreative Projekte, ja und was mir so in den Sinn kommt noch, ich hoffe ihr habt da richtig Bock drauf und ja, ja und auf Instagram geht es ja auch immer schön weiter, in dem Sinne, ich wünsche euch eine tolle Zeit, Balabila und ja. Hallihallo meine kleinen Kubis, bevor ihr dieses wundervolle Meisterwerk sehen dürft, hier noch ein kleines Statement von mir, denn wie ihr vielleicht bemerkt habt, fehlen vielleicht ein paar Videos, der Band ist anders, der Kanalname ist anders, das liegt daran, dass Paul und ich sowas wie ein Split machen, denn er konzentriert sich auf YouTube, macht ein paar freshe Peru Vlogs, weil er mich natürlich hasst und den Simon Unger gemacht hat, und ich werde ab sofort TikTok machen, ganz freshe Videos, was mir einfach so durch den Kopf geht, ein paar Ideen sind ja auch schon neu gekommen, und den Insta machen wir aber trotzdem beide, das soll von uns, beziehungsweise da kommt von uns beiden natürlich was, und ja, ich würde sagen, noch viel Spaß bei diesem wunderschönen Video, und ich werde es jetzt auch genießen. Um Großes zu erreichen, braucht es besondere Mittel. Have you ever had the feeling of being alone? The feeling of having no role models, and no one who believes in you? You are so bad, Roffel! Are you desperately looking for the one thing in life that will help you become a legend? Ja! 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 Dann you are doing everything right, by buying this t-shirt. High quality cotton and your idols in one item. Sheesh! Sheesh! 1, 2, 1 3, 2, 1 Für die vegane Abteilung haben wir schon so einen Arschloch drauf gemalt, so ein Hipster, ne? I myself, I jerk off at least twice a day. Wow. To Fortnite. And now, guys, I'm going to show you how to do 90s. Here is every person who is a motivation for you, in all situations in life. Fängt euch! Fängt euch ins Knie! Slap, slap, grab, choke, shut up, bitch, sack. Ich bin schon sehr früh ehrgeizig gewesen als Junior-Nationalspieler im Basketball. Wien. Yup. Shisha. Yup. Casey Rebel. Yup. Maybach. Yup. I'm just trying to pull chicks, I don't know. Does it work? No. Are you crazy? You're fucking... You're fucking... Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Dunkle Schokolade Kaffee Überreife Kirschen Don't think twice And get this fucking T-Shirt now At an unbeatable price Don't look like your idols Become one yourself By buying this T-Shirt Yeah That was great You're a ming